Tracy Elisabeth Dawson ist eine kanadische Schauspielerin. Ihren ersten größeren Durchbruch feierte sie in der Adi Gaven Crawford Show in den Jahren 2000 bis 2003. Zu ihrem wirklichen internationalen Durchbruch kam sie erst zehn Jahre später mit der Rolle der Megan Fitzpatrick in Call Me Fitz, womit sie zur Hauptbesetzung der Serie gehört. An der Serie arbeitete sie zum Teil auch als Story-Editor, Leben und Karriere. Tracy Dawson wurde im Jahre 1973 in der kanadischen Hauptstadt Ottawa geboren, wo sie auch aufwuchs, allerdings noch in jungen Jahren nach Toronto kam. Dort besuchte sie unter anderem die Theatergruppe The Second City Toronto, deren Ausbildung sie 1998-99. erfolgreich abschloss. Bereits im Jahre 1998 wurde Dawson für einen Crime of Comedy Award nominiert. Weitere Nominiers waren Don Vitwell, God Disley, Gaven Stevens und Gaven Crawford, wobei Crawford, mit dem Dawson die Ausbildung in The Second City abschloss und in den Jahren danach eng zusammenarbeiten sollte, den mit 5000 C-Dollar dotierten Preis gewann. Im Jahre 1999 wurde Dawson mit dem Cast des Second City-Stück New Beachwear, 100% off für einen Doral Award benannt nach Dorama Formore, einer Pionierin des kanadischen Theaters, in der Kategorie Best New Player Musical nominiert. Weitere Theaterauftritte folgten in den Jahren danach, Nominierungen und Auszeichnungen blieben allerdings weitestgehend aus. Eine Nominierung erhielt sie noch im Jahre 2001 für einen Canadian Comedy Award, konnte den Preis allerdings nicht gewinnen. Parallel zu ihrer Theaterkarriere startete sich auch eine Karriere als Schauspielerin im Film- und Fernsehbereich. Nachdem sie sich ab 2005 weitgehend aus dem Film- und Fernsehgeschäft zurückgezogen hatte, war Dawson vor allem wieder im Theaterbereich aktiv und schrieb während dieser Zeit unter anderem auch ihr erstes eigenes Theaterstück mit dem Titel, Them und US. Das Stück hatte im Januar 2009 seine Weltpremiere in Toronto's Theater Passemour-Alien. Tracy Dawson übernahm dabei auch eine Rolle. Im selben Jahr war Dawson auch in der Kanada-Veröffentlichung und Neufassung von Andro Lloyd Webbers und Ben Elton's A Beautiful Game mit dem Titel, The Boys in the Photograph in der Rolle der Christine zu sehen. Noch bevor sie als Second-City-Alumnie hervorging, gab Dawson im Jahre 1996 im Drama Ein Leben in Schande, Die ganze Welt schaut auf dich, ihr Filmdebüt. Ein Jahr später kam sie zu einer Hauptrolle in der kanadischen Fernsehserie Gogelre, gefolgt von einem Auftritt in einer Folge von Gänsehaut, Die Stunde der Geister, im Jahre 1998. Ab dieser Zeit spielte sie auch kurzfristig in der Comedy-Serie Sketchcom mit, wo sie verschiedene Charaktere mimte. In einer Episode der Serie war sie auch als Drehbuchschreiberin aktiv. In der Serie Zweimal im Leben war sie im Jahre 1999 in einer Episode neben Schauspielgrößen wie Al Wachsman, Mariette Hartley, David Hewlett oder Die Hanke-Roll zu sehen. Einen Auftritt im elfminütigen Kurzfilm Amateur Night konnte sie in diesem Jahr ebenfalls aufweisen. Außerdem spielte sie im Jahre 2000 im Kinofilm Loser, auch Verlierer haben Glück, in den Hauptrollen mit Jason Biggs und Mena Suvari. Mit und feierte ihren ersten Durchbruch mit der mehrfach ausgezeichneten und nominierten kanadischen Sketchcomedy-Serie The Gavin Crawford Show. Dort sah man sie fortan in allen 30 produzierten Episoden in der Rolle der Heathwas-Krenten, ehe die Serie im Jahre 2003 auslief. Auch während der laufenden Serie wurde Tracy Dawson für mehrere andere Produktionen gebucht, so zum Beispiel für jeweils eine Folge in den Fernsehserien The Endless Grind und Doc. In der Hauptrolle mit Billy Ray Cyrus, zu den Filmauftritten während dieser Zeit gehörten eine Nebenrolle in der kanadischen Komödie Dark Tape Forever, sowie Menierrollen in Fancy Dancing und America's Prince, The John F. Kennedy J.R. Story. Ende des Jahres 2003 wurde mit dem Film Honey ein weiterer Film mit Dawsons Beteiligung veröffentlicht. In der zweiten und damit letzten Staffel der Lifetime-Serie Wildcard war die engagierte Schauspielerin 2004 05 in vier Episoden im Einsatz. Als ihr im September 2005 die Greencard ausgestellt wurde und sie somit eine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die USA bekam, zog sie sich nach der Produktion des Weihnachtsfilms Recipe for a Perfect Christmas, der im Dezember desselben Jahres veröffentlicht wurde. Er wurde weitgehend aus dem Film- und Fernsehgeschäft und konzentrierte sich vermehrt auf ihre Theaterarbeit. Erst 2010 kehrte Dawson wieder auf die Bildschirme zurück, wobei sie unter anderem im Kurzfilm Do I Come On Too Strong, neben Ennis Esmer oder Bränden M. C. Gibbon zu sehen war. In diesem Jahr schaffte sie es auch in den Hauptcast von Colmy Fitz, wo sie in die Rolle der Megan Fitzpatrick, der zänkischen Schwester der Hauptfigur Richard Fitz, Fitzpatrick schlüpfte. Bis dato war sie in allen Episoden der drei bisher ausgestrahlten Staffeln zu sehen und wird auch in der vor der Ausstrahlung stehenden vierten Staffel weiter im Hauptcast der Serie stehen. Bei der halbstündigen Sitcom ist Tracy Dawson auch als Drehbuchschreiberin, vor allem aber als Story-Editor, tätig. Dieses Amt übte sie laut der IMDB in einer Vielzahl verschiedener Episoden aus, hatte dabei aber immer ein wechselndes Aufgabengebiet. Außerdem ging sie 2011 als eine der Drehbuchschreiber der kanadischen Sitcom-Single Whitespenny hervor. Filmografie Filmauftritte 1996 Ein Leben in Schande Die ganze Welt schaut auf dich 1999 Amateur Night 2000 Loser Auch Verlierer haben Glück 2001 On The Line 2002 Dark Tape Forever 2002 Fancy Dancing 2003 America's Prince The John F. Kennedy J.R. Story 2003 Honey 2005 Recipe for a Perfect Christmas 2010 Do You Come on Too Strong 2011 Chillerama 2012 Monster gegen Mädchen Serienauftritte 1997 Google 1998 Gänsehaut Die Stunde der Geister 1998 zu 1999 Sketchcom 1999 Zweimal im Leben 2000 zu 2003 The Gavin Corford Show 2001 The Endless Grind 2002 Doc 2004 zu 2005 Wildcard 2005 Gaspot Seit 2010 Call Me Fitz Auszeichnungen und Nominierungen Auszeichnungen 2011 Gemini Award in der Kategorie Best Performance by a Lead Actress in a Continuing Role in a Comedy Series für ihr Engagement in Call Me Fitz Nominierungen 1998 Creme of Comedy Award 1999 Dural Award in der Kategorie Best New Player Musical mit dem Theaterstück New Beach Wear 100% off 2001 Canadian Comedy Award 2011 Gemini Award in der Kategorie Best Ensemble Performance in a Comedy Programme or Series für ihr Engagement in Call Me Fitz 3 6 6 7 7 8 8 10 10 11 11